Herzlich Willkommen hier bei Minecraft Let's Show! So, wir sind wieder da, in dieser Höhle. So, jetzt geht's so langsam mal weiter. Ich zeig' euch jetzt einfach mal Nether zuerst. So, ins Licht gucken. Zack! So, oh! Hallo! So, jetzt seht ihr hier... Oh, die Musik ist echt sehr laut für mich, finde ich. Wieso ist die sehr laut? Kommt mir nur so vor, vielleicht. Weil die PC generell sehr laut. So. So. Hier will ich nicht reinfallen. Hier habe ich mich eigentlich jetzt gemacht. Aber das kann keine ganze Folge hier zeigen, ey. Glaub ich. Mal gucken. Hier kann man irgendwo hochgehen. Oh. Okay. Da auch. Oh. Okay. Da auch. Ich denke, hier war... Da war ich mal. Darum auch noch Gold. Da hinten ist so einer, ne? So so ein Ghast, Ghost. Wie auch mal. Da auch noch mal. Der sieht mich nicht. So. So. Hier geht's auch noch irgendwo hin. Ich glaube, ich zeig euch das mal so. So. Ah ja. Hier geht's genau. Oder? Ich zeig euch erstmal das so. Was ich hier so hab. So. Ja. Ah. Hier ist wieder eine Pilzfarbe. Das ist halt diesmal. Hier war früher das Tor. Als ich euch erinnert... gesagt hab, ne? Da war das Tor hier. Ähm. Als es da in dem Haus war. In dem einen, ne? Wo jetzt die Bibliothek ist, sozusagen. Hier kann man dann auch noch mal irgendwo hin. Ich hab hier halt versucht, eine Leatherfestung zu finden. Und dann... So. Oder... Ne. Genau. Hier wollte ich in einen anderen Wald rein. In den roten Wald. Irgendwie geht der auch hier irgendwo hin. In der Nähe oder so. Ich bin mir grad nicht sicher. Ja. Äh. Ja. Okay. Das war's dann schon. So. Das Tor hier war schon so. Oder das hier. Ja. So. Wie ihr seht, ich grabe gerne. So. Achso. Ja. Genau. Hier. So. Achso. Das hab ich hier auch. Hä? Wieso ist das so? Ah. Okay. Verstehe. So. Zack. Hier hab ich immer, äh... Was abgebaut. Also abge... Lava geholt. Jetzt seht ihr gleich, was ich gleich zeige. Ähm. Typ. Und zeig hier. Oh. Hier hab ich nämlich... Oh. Hier hab ich nämlich... Oder? Ich hab das eigentlich mit dem anderen gemacht. Um die hier zu kriegen. Rot in der Satzziegel. Genau. Richtig viel. Und die hier und hier. Auch wieder die genau. Aber... Ja. Ich dachte, die wären auch hier. Nee. Ist nichts. Schatz. Hm. Ich hab hier mich versucht. Einfach mal. Und hier geht's auch nochmal irgendwo, oder? Nee. Nicht weit. Ähm. Ah. Wie heißt jetzt diese... Nicht Nesarit... Sondern, ähm... Na sag schnell. Ja, hab ich alles ausgehöhlt. Richtig viel, ey. Hier auch. Also, ne. Wir können ja euch das mal so zeigen. So. Ist richtig viel ausgehöhlt hier. Aber was ist denn mit der Musik? Auf allem ist zu leise. So. War eigentlich ganz nett. So, ne. Ziemlich viel ausgehöhlt. Sie singen die ganz selten sind diese Blöcke. Ich komme jetzt nicht drauf. Die auch noch mal in Höhe. Oder wie auch immer. Weil das finde ich ziemlich cool von mir. So. Genau. So. Dann schauen wir mal. Hier geht's dann wieder hoch. Tja. Hier geht's dann auch nochmal. Achso. Ja, ich bin ja jetzt nicht mehr... Ah. So. Zack, zack. Hier habe ich halt sehr viel gebaut. Ich glaube, da waren wir eben schon, ne. Oder? So. Ja, ja, genau. Hier waren wir schon. Und zwar geht's dann hier. Dann führe ich euch schnell mal. Zeige, zeige. Habe ich überall Weglängs gebaut. So. So. Hier ist nichts. Hier habe ich ein bisschen viel ausgehöhlt. Aber jetzt hier links. Ah, hier ist sogar eine Bahn. Ja, das zeige ich euch dann später noch. Na. So. Die Bahn geht noch nicht weiter. Genau. Nur bis hier. Oh, oh. Äh. Ja, hier hoch. Dann hier längs. Da muss die Bahn auch weiterfahren. Weiterführen. Was ist mit der Musik los? Wie ist das diese... Ach, die ist vorbei. Oh, die ist vorbei. Okay. So. So. Und zack. Ja, ja. Geht doch. Passt sogar jetzt ein bisschen. So. Hier geht wieder runter. Kann man. Genau. Hier kann man runtergehen. Das habe ich aber erst viel später gebaut. Dann hier. Dann hier. Ja. Ah, genau. Jetzt sind wir hier in einem Netherfesto. Genau. So. Richtig. Genau. So. Sehr gut. Aber es gibt noch einen anderen Eingang. Aber das meinte ich gar nicht. Ich will euch eher hier weitergehen lassen. So. Naja, also wir kamen jetzt von da. So. Ich habe mich einfach mal in eine Richtung immer gegangen und versuchte mit der alles so sicher zu machen. Es ist wieder etwas lauter, ne? Oder? So. Vielleicht so besser. Vielleicht die Hintergrundschärfe. Vielleicht die Hintergrundmusik. hier bin ich dann wieder auch mal runter. Also es geht echt hier richtig tief dann. Ne? Wie ihr seht. So. Und dann müssen wir da unten. Und da ist dann auch nochmal irgendwie. Da seht ihr, da ist der Wald schon. Und ist richtig tief. So. Zack. Nein. Das brauche ich noch. Mal zumachen. Danke. Hier habe ich noch nicht viel gemacht. Aber nur, dass ihr seht, dass ich schon ziemlich viel im Nether hier gemacht habe. Mit der Rüstung ist ja auch klar. Zack. So. Hier ist die... Oh. Zwei Endermänner. Hier wollte ich die auch mal die Endermänner ein bisschen farmen. Ah, hier geht es sogar auch runter. Oh. Oh. Jetzt sind hier hier links. Da nenne ich mich gar nicht. Oh. 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 Sind hier viele Endermänner. Krass. Okay. Ja. Hier ist eine. Hier ist eine. Und hier ist eine. Dann ist da eine. Und dann. Oh. Oh. Und dann. Und dann. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich will mich jetzt auch nicht verirren. Ob es überhaupt noch weiter geht. Weiß ich nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Dann da links. Dann da. Jetzt hier wieder hoch. Genau. Jetzt fliege ich mal eben schnell zurück. Zack. Ähm. Zack. Genau. So. Äh. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier hoch. Ah. Genau. Da ist der Gang. Zack. Zack. Da unten geht es durch. Zack. Da geht es da links. So. Hier ist die Bahn. Das zeige ich euch dann später noch. Da. Dann geht es hier runter. Hier runter. Da. Da links. Und dann sind wir wieder hier. So. Sehr gut. So. Genau. Und dann sind wir wieder hier. Zack. So. Genau. Und dann sind wir wieder hier. so links. Da unten kamen wir. Hier ist der Baum. Den habe ich selber gepflanzt. Den Baum. Und hier. Das ist so ist. Also. Als Setzling. Ne. wohlgemerkt. Und da das hier natürlich auch. Das hier. Das habe ich auch selber gemacht. Jetzt hier links. Hier. Okay. So. Dann wieder zurück. Dann gehe ich jetzt hier. Hier links. So. Dann gehe ich jetzt hier. Wieder eine weite Prairie. Hier kommt man auch. irgendwo längst. Ich bin gerade überlegen. Ich vermisse mich noch eine Sache. So ein Bastion. Oder wie das heißt. Ich weiß nicht mehr wo das war. Das war aber nicht hier. Da bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Oder doch. Doch. Oder nicht. Äh. Ach moin. Ich will mich jetzt nicht verwirren. Verirren. Verirren. Ah. Wo. Da. So. Da ist der Turm. Okay. Was war aber hier. Ich weiß es nicht mehr. Da ist eine Fackel von mir. Ah ja. Dann wird doch hier. Ah. auf einer anderen Seite. Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich. Das ist eine Fackel. Eigentlich. nicht. Da. Ich weiß gar nicht mehr wo es hier längs geht. Aber. So. Genau. Ich muss mir dringend nochmal was holen. Hier eh. So. Hm. Weiß nicht mehr. Vielleicht. Komm ich ja noch drauf. Aber. Okay. Hier ist auch. Hier ist so ne ne. Wie ihr seht so ne. Da hab ich mal. Weil. Hier müsste irgendwo. Ein Dorfbewohner. Nach rumfliegen. In den Nether. Ich hab es noch nie erlebt. Dass ein Dorfbewohner. Im Nether. Durch das Netherportal gekommen ist. Wie auch immer. Ich weiß nicht wo der ist. Zack. So. Hier. Genau. Hier wollte ich. Genau. Hier ist die Treppe. Genau. Genau. Ich weiß nicht mehr wo. Aber. Jetzt erstmal den Hinweg. Dann gehe ich für den Rückweg. Ich weiß nicht mehr wo man hier links kam. Ich weiß es nicht mehr genau. So. Hier ging es irgendwo hin noch. Vielleicht in ein rotes Ding. Und ich brauche was zu essen. Ich brauche dringend was zu essen. Hier im Minecraft meine ich. Hier. Hier. Hier geht es runter. Okay. Und dann. Keine Fucke. Das war ich bestimmt. Oder auch nicht. Hm. Ne. Weiß ich nicht mehr wo es dann links ging. Na ja. Auf jeden Fall. Dann. Schon mal weiter. So. Wieder zurück mit dem ganzen. Ich habe echt viel gebaut. Ich glaube das ist die. Allerdings. Also. Ja. Ich sag mal so. Am meisten habe ich gemacht. Die zweite Person. war eher unter meiner Anleitung. Um das mal so zu sagen. So. Wir wollen jetzt aber nicht da links. Sondern. Wie kam ich jetzt wieder zurück? Wo kam ich jetzt her? Von da eigentlich. Boah. Wir brauchen was zu essen. Ist ja eigentlich auch eine Let's Show. Ne. Also. Eigentlich. Kein Let's Play. Also. So. Hier genau. Hier waren die Fackeln. Ja. Genau. So. Ja. Genau. Jetzt bin ich hier wieder zurück. Hoppala. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Was hat mich da beschossen? Und wo und warum? So. So. warte mal. Zack. 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 Wollen wir hin? Zack, zack. Den habe ich, also, der Turm hier, der war so, aber ich habe das Turm rumgebaut, ne? Wollte ich vielleicht nochmal zurückgehe. Ich fange mal links. Boah, das tut weh. Boah, nicht schon wieder hier. So. Hier, ah, ja genau, hier sind Sachen zum Brauen. Wo das hier nochmal rauskam, wenn ich kann überlegen. Ach ja, 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 ich erinnere mich. Äh, ja. Hier, das wollte ich in der letzten Folge zeigen. Genau. Das ist für die letzte Folge gedacht. Hier führt die Bahn dann links. Es geht hoch und runter. Kann ich euch ja mal kurz zeigen, ne? So. Eine Lohre. So, anfahren. Zack, und los geht die Fahrt. So, müsste eigentlich klappen. What? Anscheinend doch nicht. Sogar auf der Runterfahrt nicht. Hä? Okay, das muss ich nochmal fixen. Ja, und dann ist hier, ne? Oh, ho, ho. Oh. Krass. So, okay. Gut, dann nochmal hier. Zack, also zurück müsste es... Hä? Warum ist die denn jetzt hier? Ach, da ist die... Ach, da ist die... Okay, wartet mal. Eigentlich müsste da eine sein. Oh, wartet mal eben schnell. So. Zack. Und zack. Hopp. Äh, zack. Und zack. Ah. Okay. Ich dachte, ich hätte... Ich dachte, ich hätte das schon... Gef... Gef... Ich dachte, das ist jetzt Vorführeffekt. Ich dachte, das wäre... Okay, hier fehlt komplett die falsche Schiene. Das sehe ich. Hier. Okay. Gut. Naja, dann halt nicht. Dann mache ich das beim nächsten Mal halt, ne? Oi! Äh, warte mal. So. So. Das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Vielleicht. Folge 4. Dann mache ich das in den Zwischenzeiten wieder nochmal. Mal gucken. Zack. So. Und dann gehe ich wieder runter. So. Zack. Aua. Und gehe wieder durch das Tor durch und zeige euch den Rest der... Oh. Ach ja. So. Einmal kurz was zu futtern holen. Hä? Hä? Einmal habe ich mir ein Tastenproblemchen. So. Ihr erinnert euch wieder. Sehr schön. Nee, da auch nicht. So. Ich hole mal mit denen mal kurz. Habe ich da... Doch, ich habe da Kohle, ne? Oder? Habe ich da Kohle? Und ein Lava einmal. Ein Lava einmal da. So, was zu essen gibt es hier. Zack, zack. Zack. So. So. Das wieder dahin tun. Und jetzt show, was ein bisschen Let's Play Inhalt hat, ne? Mhm. Ja. So. Äh, ich brauche nochmal... 36, ne? Das ist dann dann 100. So. Das lasse ich dann mal laufen. War hier schon mal so ein bisschen da... Nee, warte. Wir haben das ja immer da, ne? Und fuck erinnern halt. Warte mal ein bisschen ab. Vielleicht kann ich hier nochmal... Nee, Kohle haben wir hier nicht. Ich weiß nicht, ob wir oben Kohle haben. Oder hätten. Äh, ich glaube... So, oben Kohle. Könnte ich fucking herstellen. So langweilig, wenn ich halt was, ne, hole aus dem... 23 schon. Ich wollte eigentlich Pause... Die Pause jetzt schon. So. Kohle. Stein. Nee, ich habe hier noch keine Kohle. Dann oben. Nee, Kohle habe ich hier nicht. Die gehört eigentlich drüben hin. Nee, passt hier gar nicht hin. Hm. Nee. Nee, kann ich nur drüben. Fuck ein Rollen.